Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deinem bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Glätteisen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Wollt ihr euch noch weiter zu den Modellen informieren oder eines der Glätteisen bestellen, schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video! Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Remington Glätteisen S8593. Bist du auf der Suche nach einem Glätteisen, das dein Haar schützt und dir dabei hilft, die perfekte Frisur zu kreieren? Dann solltest du dieses Glätteisen mit Keratinschutztechnologie ausprobieren. Mit der hochwertigen Keratin-Keramikbeschichtung und dem Hitzeschutzsensor bietet es dir 57% mehr Schutz für dein Haar im Vergleich zu herkömmlichen Haarglättern mit Standard-Keramikbeschichtung. Dank des Hitzeschutzsensors wird die Temperatur automatisch reguliert, um Haarschäden zu verringern. Die schmalen, federnd gelagerten Stylingplatten sorgen für gleichmäßigen Druck auf das Haar beim Locken und Glätten. Das digitale Display mit 5 Temperatureinstellungen von 160 bis 230 Grad und einer Aufheizzeit von nur 15 Sekunden bietet dir maximale Flexibilität bei der Wahl deiner Frisur. Das Remington Glätteisen ist die perfekte Wahl für alle, die ihr Haar schonend stylen möchten, ohne auf Ergebnisse verzichten zu müssen. Überzeuge dich selbst von der Keratin-Schutztechnologie und gönn deinem Haar die beste Pflege. Für mehr Infos zu diesem Modell, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Glätteisen auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Glätteisen 829 Gold von Golden Curl. Bist du es leid, dein Haar jeden Tag mühsam zu stylen und dabei Zeit zu verschwenden? Wir haben das perfekte Produkt für dich. Ein Glätteisen, das mit seinen einstellbaren Temperaturen bis zu 230 Grad für jedes Haar geeignet ist. Aber das ist noch nicht alles. Dieses Haarstyling-Gerät enthält zwei Kroko-Clips und ein langes rotierendes Kabel, um das Styling so einfach wie möglich zu gestalten. Die Produkte von Golden Curl sind so konzipiert und hergestellt, dass sie das beste Design für ihr Haar mit einer Einfachheit und Leichtigkeit erzielen. Geeignet entweder für einen professionellen Haarstylisten oder für einen Heimanwender. Ob kurzes oder langes Haar, dieses kleine Glätteisen für Locken ist ein wahrer Allrounder. Mit seinem professionellen Multistyler kannst du dein Haar glätten oder kleine und große Wellen stylen. Die titanbeschichteten Platten sorgen für einen attraktiveren Look und seine profi-negative Ionentechnologie Glätteisen sind haarschonend und schnell aufheizbar. Mit 5 Jahren Herstellergarantie bist du auf der sicheren Seite. Alle weiteren Infos zu diesem Glätteisen könnt ihr im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch nun den absoluten Bestseller, das Cloud9 The White Glätteisen, vorstellen. Kennst du das Problem, wenn du beim Haareglätten nur kleine Strähnen nacheinander bearbeiten kannst? Das ist jetzt vorbei. Mit dem Cloud9 White Glätteisen kannst du dank ultrabreiter Platten mehr Haare in größeren Strähnen auf einmal glätten. Das bedeutet weniger Zeitaufwand und ein sanfteres Styling für dickeres und längeres Haar. Die Keramikplatten des Glätteisens sind mit charakteristischen Heilmineralien angereichert, um die Schuppenschicht des Haares zu versiegeln und Feuchtigkeit einzuschließen. Für glänzenderes Haar bei jedem Styling. Das bedeutet gesünderes und schöneres Haar für dich. Außerdem hast du die volle Kontrolle über dein Haar, dank der exklusiven, freundlichen Styling-Technologie und der variablen Temperaturregelung. Wähle die Temperatur, die am besten zu deinem Haartyp und Haarstil passt, während das Glätteisen die Feuchtigkeit in deinem Haar einschließt und ein rundum glänzendes Ergebnis liefert, das lange anhält. Und das Beste, durch die Mineralien angereicherten, schwimmenden Keramikplatten wird Spliss und Haarbruch minimiert. Mit diesem Glätteisen erhältst du Salonqualität und überragende Ergebnisse für kräftigeres, glänzenderes und gesünderes Haar. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten euch die Kaufentscheidung erleichtern. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Glätteisen.